Hallo zusammen, schönen Abend euch. Ich freue mich, wenn du hier mit dabei bist, live oder wenn du dir das Ganze im Replay anschaust. Heute an diesem Dienstagabend, wir haben den 21. Dezember, das heißt ja Sonnenwende. Ab jetzt werden die Tage morgen wieder länger. Wir haben es geschafft, durch jetzt, dass es immer kürzer wird. Und ich finde den 21. Dezember auch immer so einen besonderen Tag und auch heute, dass ich jetzt über dieses Thema spreche, worüber ich gleich ja draufkomme. Also es geht heute um das Thema Gesund und Fit durch die Weihnachtszeit. Das Thema, was so relevant ist, gerade in unserer jetzigen Zeit, weil unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden ist so entscheidend. Und wenn wir uns besser fühlen, wenn wir mehr Energie haben, wenn wir wacher sind einfach an unserem Tag, dann können wir auch diese Zeit präsenter wahrnehmen. Wir sind besser da. Und deshalb möchte ich heute einfach so ein paar Tipps, ein paar Strategien mitgeben, gerade bei der Ernährung, beim Mindset auch, dass wir möglichst gesund, möglichst vital durch diese Zeit kommen. Gerade durch die nächsten paar Tage, wo dann oftmals etwas mehr gegessen wird. Und da werde ich jetzt gleich drauf eingehen, auf diese Tipps und Strategien. Also erstmal möchte ich jetzt hier am Anfang noch erwähnt haben, falls irgendjemand von euch Fragen haben sollte. Also dann darfst du es gerne währenddessen mir stellen und ich freue mich, diese aufzugreifen, diese ja zu beantworten, falls es irgendwas geben sollte. Und ich hatte mir auch überlegt, dass ich anhand ein paar Fragen, die ich von euch immer wieder auch gestellt bekommen habe, die ich mir rausgepickt habe, ja gewisse Herausforderungen gerade anspreche in dieser Zeit bei der Ernährung, sei es jetzt Gelüste, Heißhunger und aber auch bei unser Training, bei unserem Sport und auch Mindset. Also da möchte ich auf so ein paar Fragen eingehen und dann euch da mitgeben, was da wirklich wichtig ist. Ich starte mal rein mit dem Wichtigsten überhaupt, nämlich was bedeutet denn eigentlich die Weihnachtszeit? Also worum geht es eigentlich in dieser Weihnachtszeit? Meiner Meinung nach geht es in der Weihnachtszeit nicht darum, sich möglichst voll zu fressen, möglichst über die Spanne zu schlagen, also möglichst ja viel über die Stränge zu schlagen, über möglichst viel zu essen, sondern natürlich Genuss zählt dazu, aber in erster Linie sollte es eigentlich in der Weihnachtszeit gehen, um diese Besinnlichkeit. Man kommt zusammen, also dieses Ja-Zusammensein, Zeit mit der Familie, auch mit insgesamt tollen Menschen, wenn man jetzt eben auch Freunde hat und das Leben insgesamt möglichst auch zu genießen. Sollte eigentlich in jeder Zeitspanne so sein, das ist der Hauptfokus, sollte eigentlich von uns sein, unser Leben zu genießen. Voll auszukosten, voll präsent da zu sein und auch in der Weihnachtszeit geht es natürlich darum. Und das Zusammensein, diese Besinnlichkeit ist immer eine schöne Sache. Und ich denke auch in der Weihnachtszeit geht es darum, dass wir uns selbst etwas Gutes tun, unseren Mitmenschen etwas Gutes tun und was ich eben hier schon mal als erstes ansprechen möchte, als erster Tipp, als erste Strategie. Ich habe festgestellt, dass sehr viele Menschen ja sehr viel dann essen, sehr viel die falschen Lebensmittel, ungesunde Nahrung und das ist eben ja nicht so vortehaft für unseren Körper. Und da ist es so wichtig, immer wieder diese Wertschätzung für unseren eigenen Körper in Gedanken zu rufen. Also unser Körper ist so ein wertvolles Werkzeug. Wir haben das Einzige, was wir gerade haben, ist dieser physikalische Körper. Wir können so coole Sachen machen damit, wir können alles Mögliche machen. Es ist gerade dieses Fahrzeug hier in dieser Welt, dass wir uns hier manifestieren können, dass wir Projekte erledigen können. Und da geht es darum, diesen Körper wirklich richtig zu pflegen, ihm die richtigen Dinge zuzuführen, ihn wertzuschätzen. Und für viele Menschen bedeutet Wertschätzen, dass man jetzt etwas Gutes tut für seinen Geschmack. Ich möchte mir etwas Gutes tun, dann esse ich in Süßigkeiten, Plätzchen, Kekse, dann ist ja etwas Gutes getan. Aber eigentlich sollte die wirkliche Frage stellen, wenn wir uns etwas Gutes tun wollen, dass wir unseren Körper in erster Linie die Bedürfnisse optimal decken wollen, dass wir ja alles zuführen wollen, was unser Körper möchte in den idealen Mengen und natürlich auch noch schmackhaft, also lecker. Das eine schließt ja das andere nicht aus und es geht beides, habe ich festgestellt. Wir können uns sehr bedarfsdeckend annähern, unserem Körper alles zuführen, was er braucht. Und auf der anderen Seite können wir auch sehr schmackhaft, lecker uns ernähren. Und das heißt, in erster Linie sollte der Fokus auch in der Weihnachtszeit drauf liegen, auf die Dinge, die uns gut fühlen lassen, die uns wohl fühlen lassen. Und oftmals wird es dann verwechselt, dass viele Leute denken, Wohl fühlen bedeutet jetzt Süßigkeiten, Plätzchen, ich lasse es mir so richtig gut gehen. Aber eigentlich ist es für den Körper nicht so gut und das ist meiner Meinung nach eine Beleidigung für den Körper, wenn man ihn nicht gut behandelt, wenn man die Bedürfnisse falsch steckt, wenn man ihn befordert. Und es ist eigentlich ja so entscheidend im Einklang mit seinem Körper zu arbeiten. Und wenn man etwas seinem Körper Gutes tun möchte, dann natürlich schmackhaft immer. Man sollte nur leckere Sachen auch zu sich nehmen. Es gibt ja so viele gesunde, leckere Rezepte. Aber in erster Linie sollte vor allem stehen, was braucht mein Körper überhaupt. Und da kann ich schon vor allem mal mitgeben, dass es hier an der Stelle schon mal wichtig ist, habe ich festgestellt, anstatt jetzt ständig eben zu snacken, in so einem Dauermodus zu sein, wo man jetzt isst, egal was, auch die gesündesten Sachen, lieber zu geregelten Mahlzeiten überzugehen. Also klare Essensfenster zu haben, weil dann habe ich festgestellt, und wenn wir dann auch bewusst essen, wirklich präsent, nicht einfach mal was reinschieben, Keksen, Plätzchen, beim Fernsehgucken abends oder jetzt durch Weg des Tages, dann nehmen wir das gar nicht so wahr und wir tun unserem Körper kein Gefallen. Und wir haben ja dann eh nicht so einen Genuss, deshalb lieber geregelte Mahlzeiten, dann lieber uns auf diese Mahlzeiten freuen, lieber da ein bisschen mehr essen. Und das wird auch unserer Verdauung enorm gut tun. Also wir wollen unserem Körper wertschätzen, wir wollen ihm das zuführen, was er braucht. Und auch Verdauung, habe ich festgestellt. Wenn wir ständig Verdauungsprobleme haben, wenn wir Sodbrennen haben, einfach uns nicht so wohlfühlen in unserem Bauch, wenn es da rumgurgelt und wir haben wenig Energie, sind schlapp und so weiter, dann ist das keine Wertschätzung für unseren Körper. Weil wie ich gesagt habe, wenn wir klarer, wacher sind, energetischer, dann können wir auch mehr davon unserer Freude abrufen. Wir sind dann einfach ja für andere Menschen gut drauf. Wir sind dann nicht so gereizt. Weil was ich festgestellt habe, was ich sehr, sehr schade finde bei vielen Leuten, die sich eben ungesund ernähren, dass ja diese ungesunden Nahrungsmittel und diese ungesunde Nahrung, sie zwar denken, sie tun sich was Gutes, aber eigentlich macht es sie nur zornig oder auch auf andere Menschen nicht gut drauf. Und ich habe festgestellt, die Ernährung hat so einen krassen Einfluss auf, wie wir uns fühlen, auf unsere Freude durch diese Zeit. Und um eben voll da zu sein für unsere Familie, um wirklich nicht so benebelt zu sein, ist es eben wichtig, den Körper nicht zu überfrachten, richtige Sachen zuzuführen. Und da gehe ich auf alles ein. Ich werde euch ein paar Rezepte noch mit in die Hand geben, was ich gerne mache, auch möglichst einfach. Und das ist eben ja sehr, sehr wichtig, erst mal seinen Körper wirklich das zu geben, was er möchte, weil unsere Energie so entscheidend ist. Und wenn wir uns vitaler fühlen, haben wir mehr Freude bei allen Ereignissen. Und viele Menschen sind da leider eben von dieser Trägheit, Gereiztheit, belastetes Gefühl, geplagt. Und das muss wirklich nicht sein. Und deshalb über Essen vermeiden. Wenn wir über Essen vermeiden, dann haben wir mehr Wertschätzung. Und ich habe festgestellt, lieber ein bisschen weniger essen bei den Mahlzeiten, beim Snacken, weil dann das, was wir dann essen, hat einen viel höheren Stellenwert für unseren Körper, beziehungsweise wir nehmen das viel bewusster wahr und es schmeckt dann auch besser. Dann so eine Fragestellung, wie oft gekommen ist. Was machen wir, wenn wir jetzt eine Weihnachtszeit eingeladen sind? Wir haben jetzt ein Familientreffen oder mit auch Bekannten sind wir eingeladen. Wie gehen wir damit um? Wir ernähren uns jetzt eigentlich schon recht gesund. Wir essen eigentlich schon hochwertig, vielleicht vegan, vielleicht Paleo, auf irgendeine gewisse Art und Weise, wie wir uns eben ernähren, wie wir es für uns als gesund erachten. Und plötzlich, ja, gibt es da was anderes. Und wir werden eingeladen, zum Beispiel zum Gänsebraten. Oder Schweinegulasch oder was weiß ich, was alles in Weihnachten gibt. Und dann noch Plätzchen, Süßigkeiten und so weiter. Wird man eingeladen. Und wie geht man da jetzt mit um? Erstmal möchte ich hier sagen, dass wir uns nicht rechtfertigen müssen, für irgendjemanden. Oftmals ist es so, dass, wenn wir denken, andere Leute akzeptieren uns nicht, dann akzeptieren wir oft uns selbst in erster Linie nicht. Weil wenn wir komplett in Harmonie mit uns sind, im Einklang mit uns, nach unseren Werten leben, dann ist es uns egal, was andere Menschen von uns denken. Und da kann ich dir mitgeben, zu 100% zu den Sachen zu stehen, die du tust, vor absolut jedem. Weil du hilfst dadurch keinem anderen, wenn du dich verstellst. Wenn du dich jetzt verstellst gegen jemand anders in der Familie oder so, wenn du es jetzt dann trotzdem ist und dich dann schlecht fühlst, dann hast du keinem geholfen. Und wenn du es isst, dann wirklich ganz bewusst, und dass du das auch wertschätzt, aber nie irgendwas gegen deinen Willen, gegen deine Werte. Weil wenn du gegen deine Werte lebst, dann ist es wie so eine kognitive Dissonanz. Das ist eben so, wenn dich das alles nicht in eine Richtung geht, deine Gedanken, deine Handlungen und so weiter. Und das habe ich festgestellt, das macht, das ist einfach nicht so toll und du musst dich da nicht vor jemanden rechtfertigen. Weil du denjenigen auch nicht hilfst. Weil diejenigen wollen ja eigentlich, wenn es Leute sind, mit denen du wirklich Spaß hast, zusammen zu sein, dass du dich auch entfaltest. Und du kannst dich eben nur entfalten, wenn du auch den Dingen folgst, wovon du auch überzeugt bist und wenn du eben nach deinen Werten lebst. Also Werte sind ja so wichtig, auch bei Ernährung. Und auch hier in der Weihnachtszeit, deine Werte immer mehr auszuleben, zu vertreten und dir auch mal die Frage zu stellen, für was stehe ich denn eigentlich, welche Werte? Ist es immer irgendwas Aufgesetztes von jemand anderem, wie ich das gerne haben möchte? Gehe ich immer jemand anderem nach? Wenn jemand anders das so und so ist, mache ich das dann gleich nach? Oder strahle ich das wirklich so aus mir heraus, was ich wirklich möchte und bin eher eine Inspiration für andere Menschen? Und das habe ich festgestellt, ist super Kraftvoll. Wenn du es irgendwo eingeladen bist, also was ich mache, ist, dass ich komplett stehe zu den Sachen, die ich tue, vorab zu jedem und das ganz offen, kommunikativ ansprechen. Wichtig ist immer auf eine wertschätzende Art auch, auf eine authentische Art und Weise, ganz freundlich, höflich und zum Beispiel sagen, ich würde mir gerne was mitbringen von mir selbst. Ich bringe was mit, ich bringe für alle was mit und dann auch andere probieren lassen von Leckereien, die eben gesund sind. Und für mich, das ist meistens so die beste Lösung, entweder was mitbringen oder diejenigen fragen, ob sie dir das und das besorgen können, wenn es für sie keine zu starken Umstände ist, wirklich dafür einstehen und das dann durchziehen. Weil, wenn du wirklich das lebst, das aus dir herausstrahlst, dann wirst du auch nie, wenn du dann am Tisch sitzt und was anders ist, nach links und rechts schauen und dann gucken, was der andere da ist oder neidisch sein, sondern du brauchst es dann in dem Moment nicht. Du bist total zufrieden mit dem, was du machst, weil du ja davon total überzeugt bist. Und deshalb ist es da ja sehr, sehr wichtig, für unsere Ernährungsform einzustehen, auch mal Klischees und Traditionen zu durchbrechen. Nur weil sowas über Jahre hinweg so war, heißt es nicht, dass wir das immer noch so fortführen müssen. Ich finde es immer ein bisschen langweilig, wenn immer wieder die gleichen Gewohnheiten, immer wieder Gänsebraten oder was weiß ich. Und da ist es doch gerade mal schön, was Neues auszuprobieren. Ich finde es in unserer heutigen Zeit so wichtig, immer wieder alte Dinge zu versetzen durch neue, vortehaftere Dinge. Und wenn es vielleicht gerade in unserer heutigen Zeit sinnvoller ist, pflanzliche Produkte durch Ersetzen und die tierischen zu reduzieren, also tierische durch pflanzliche immer weiter zu substituieren, ist eben ein sehr, sehr guter Schritt in unserer heutigen Zeit, um einfach noch nachhaltiger zu leben, um den Planeten besser zu behandeln, um andere Lebewesen besser zu behandeln, Tierleid zu vermeiden. Und das ist meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, da an jeder Stelle zu schauen, wo man da auch Leid vermeiden kann. Es ist ein eigenes Leid, das Leid von anderen Lebewesen und das Leid von diesem Planeten. Und ich bin kein dogmatischer Veganer, ich zwinge keinem was auf. Ich finde es immer nur wichtig, dass man bewusst ist in seinem Konsum, dass man wirklich wahrnimmt, was man zu sich nimmt und dann noch seinem Körper den Fokus drauf legt, möglichst das zuzuführen, was er braucht. Und hier kann ich jetzt noch ansprechen, bei dem Einladen, dass wir nicht unser Potenzial so richtig entfalten, wenn wir dann nicht nach unseren Werten leben. Also wir sollten wirklich dem nachgehen, worauf wir, was wir aus uns herausstrahlen und uns nicht da verstellen, verstecken. Das gilt nicht nur bei der Ernährung, das gilt bei allem, weil früher oder später kommt es raus und es ist eben kein gutes Gefühl, wenn wir da eben nicht dem nachgehen, was uns wirklich erfüllt. Und deshalb selbst etwas mitbringen, gerne auch was Schmackhaftes für andere Menschen, die das dann auch anzubieten. Und oftmals ist es dann so, also wenn du wirklich das aus dir herausstrahlst, habe ich festgestellt, dass das unglaublich ist, was es für einen Effekt hat auf andere auch, dass andere Menschen inspiriert sind, da auch was zu verändern. Und vielleicht fragen die dich jetzt noch nicht, genau was du da machst oder wie du dich ernährst, aber vielleicht kommen sie auf dich zurück. Also ich hatte schon sehr häufig Situationen, wo ich dann irgendwo war und dann plötzlich so ein paar Wochen, ein paar Monate später, Robin, du isst wirklich so und so, wie sieht das dann aus? Also wie machst du das? Und da merken sie dann entsprechend eine ganz andere Energie, eine ganz andere Vitalität und sie wollen da auch hinkommen und da lohnt es sich wirklich, ja zu seiner Linie treu zu bleiben. Und Thema Verdauungsbeschwerden möchte ich auch noch angehen, das ist auch so ein Punkt, wo viele Menschen haben, gerade wenn zu viel durcheinander gegessen wird. Also Verdauungsbeschwerden sind sehr, sehr viele Menschen geplagt von, tagtäglich und ich selbst hatte starke Probleme, also Verstopfungszustände, Brain Fog auch, der von der Verdauung kam, dadurch, dass ich so Verstopfung hatte, Blähungen, einfach, dass nicht die Sachen gut so verdaut wurden, Malabsorption, dass die Sachen nicht gut aufgenommen wurden und in der Weihnachtszeit ist es eben so, dass man häufig mischt, man kombiniert, man mixt alles zusammen, süß mit, kräftig davor noch und süß als Nachspeise, was ja gar nicht gut ist und da empfehle ich, habe ich auch festgestellt, man kann sich super lecker, super schmackhaft ernähren, auch lecker gesunde Rezepte, auf die ich nur eingehen werde, aber auch mit möglichst wenig Zutaten, möglichst wenig zusammen miteinander mischen, weil wenn wir eben weniger Zutaten kombinieren, dann werden wir uns auch besser fühlen nach den Mahlzeiten, wir werden dann wacher sein bei unseren Gesprächen mit unseren lieben Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, mit unserer Familie und demzufolge macht es auch Sinn, den Körper dazu schonen, die Verdauung zu entlasten und klar, man kann dann mal ein bisschen mehr essen, wenn man das möchte, aber wichtig ist dann nicht zu viel miteinander zu kombinieren, weil das ist dann eben eine Belastung für unseren Körper. Snacken vermeiden, wie ich gesagt habe, geregelte Mahlzeiten, klare Essensfenster, aber wenn wir klare Essensfenster haben, haben wir noch eine viel erhöhtere Wertschätzung und dadurch generieren wir auch eine gewisse Vorfreude für unsere Mahlzeiten, wir freuen uns da noch mehr drauf, wenn wir eben diese geregelten Essenspausen einhalten. Was auch häufig auftritt, gerade in Plätzchen, in Leckereien, auch in gesunden Leckereien, jetzt aus Trockenfrüchten, Nüssen, hast du diese Zucker-Fett-Kombination und da möchte ich darauf eingehen noch, dass diese Kombination nicht ganz so optimal ist für unseren Körper, Zucker-Fett und klar, wenn wir es ab und zu mal integrieren, Zucker-Fett, kein Problem, wir sollten halt nicht zu viel, zu häufig und auf täglicher Basis sollten diese Zucker-Fett-Kombinationen eben nicht sein. In herkömmlichen Plätzen wäre das zum Beispiel, ja, Zucker, Haushaltszucker kombiniert mit irgendeinem Öl, mit Fett, Butter oder was weiß ich, das ist eben diese Zucker-Fett-Kombination und in natürlichen Süßigkeiten hast du dann häufig eben diese Nüsse, Trockenfrüchte, welche dann auch diese Zucker-Fett-Kombinationen ist. Und da möchte ich gerne nur ansprechen, dass diese Kombination nicht so gut verstoffwechselt wird von unserem Körper. Der Zucker kommt nicht so ideal in die Zellen, weil das Fett es ermantelt, weil in der Natur tritt Zucker und Fett eigentlich immer getrennt auf und nie zusammen in einem Lebensmittel außer bei einem Lebensmittel sind Ausnahme, es gibt ja tausende, hunderttausende von verschiedenen Nahrungsmitteln und das tritt immer getrennt auf und da ist es eben so, dass das nicht gut verstoffwechselt wird, weil eben das Fett die Aufnahme des Zuckers beeinträchtigt, das heißt, wenn du hier die Zelle hast, tut das Fett hier sich so rum und dann kann der Zucker nicht richtig in die Zelle gelangen und wir haben da nicht die Energie, nicht den Brennstoff direkt zur Verfügung, sondern es gibt Verstoffwechselungsprobleme und fühlen uns dann träge, lethargisch, die Bauchspeicheldrüse muss mehr Insulin produzieren, die Leber, für die ist das eine Belastung und ich sage jetzt nicht, dass man es komplett vermeiden soll, es ist kein Problem, man muss ab und zu integriert, unser Körper kann es verkraften, aber regelmäßig sollte das nicht sein und in Rezepten kann man echt so sich die Frage stellen, mache ich das jetzt eher so ein bisschen kohlenhydratlastigeres Rezept oder ein eher fettlastigeres Rezept, das ist eine gute Entscheidung, natürlich nur gesunde Fette, nur eine gesunde Kohlenhydratquelle, meine Empfehlung, immer natürliche Lebensmittel zu verwenden, umso natürlicher, unverarbeiteter, umso besser und umso ja verarbeiteter, umso mehr Schritte da an Verarbeitung des Lebensmittels durchlaufen hat, umso unnatürlicher ist es, umso ja auch schwerer für unseren Körper zu richtig zu verdauen und dann ist es eben nicht so gut für uns, wenn es eben zu stark verarbeitet ist und da wirklich zu schauen, dass man entweder Kohlenhydrat oder fettlastige Mahlzeiten und das nicht kombiniert, sondern zum Beispiel eine Leckerei macht mit eher mehr Datteln oder mit eher mehr Trockenfrüchten basiert, eine Kleinmenge Nüsse oder eben genau diese, ja, andersrum, zum Beispiel so fettreichere Gerichte wie irgendwas mit Schokolade, Zartbitter und so weiter, wo dann höheren Fettanteil hat, aber eine niedrige Kohlenhydrat und wir wollen halt eben diese Kombination so gut es geht vermeiden, weil das merken wir auch gleich, dass wir uns dann besser fühlen, wenn wir das reduzieren, diese starke Zucker-Fett-Kombination, weil nicht nur in Bezug auf, ja, dass es nicht gut für Stoffwerk gewechselt wird, sondern es ist eine Fressformel, wird Fressformel genannt, weil wenn es eben in einer perfekten Ration auftritt, ich meine es ist 50-30, das heißt 50% Kohlenhydrate, 30% Fett, was oftmals genau die richtige Rezeptur ist, die richtige Kombination in Süßigkeiten, in allen möglichen verarbeiteten Produkten, in Kuchen, Torten und so weiter, weil man das genau weiß, die Industrie, dass das eben die Fressformel ist, man kann da nicht mehr aufhören. Und aus diesem Grund ist es auch, weil es auch ein Auslöser sein kann für Gelüste, Heißhunger und deshalb macht es auch Sinn, da ja wenig Zucker-Fett-Kombination mit dabei zu haben. Und insgesamt finde ich es auch wichtig, Bewegung immer einzubauen. Wir essen vielleicht ein bisschen mehr in der Weihnachtszeit, der eine schlägt etwas mehr über die Stränge, der andere weniger und Bewegung zählt einfach zu einem Grundbedürfnis dazu, unser Körper gehört bewegt, bewegt zu werden und das sollten wir auch deshalb ja regelmäßig in unseren Alltag integrieren. Gute Sachen sind, vor allem, wenn man jetzt mal Verdauungsprobleme hat, wenn man jetzt etwas zu viel gegessen haben sollte, in dieser Zeit, kann man auch mal so ein paar Sprünge machen, die sind sehr, sehr gut, empfehle ich, empfehle ich auch täglich. Trampolin springen, ist sehr, sehr geeignet, um alles in Schwung zu bringen, um auch ein bisschen in gewisser Weise über Essen zu kompensieren. Wenn man jetzt zu viel Kalorien gegessen hat, ist eben diese Bewegung sehr wichtig, damit der Körper auch weiß, wo es eben hin soll, die Nahrung und das nicht alles einfach eingelagert wird. Weil das Dürfste, was wir haben möchten, ist, dass wir ständig am Essen sind, ständig am Snacken noch sind, die falschen Nahrungsmittel essen, ja schlechte Routinen, Gewohnheiten dort haben und dann noch eben nur rumsitzen, stagnant sind, träge sind und das ist eben nicht gut für unseren Körper und auch wird uns nicht dabei unterstützen, präsent wirklich durch diese kommenden Tage zu kommen. So ein paar gesunde, leckere Rezepte, auf die ich jetzt am Ende noch eingehen möchte, sind, habe ich festgestellt, wenn man jetzt wirklich einfach das macht, also ich bin auch ein Typ, ich liebe Einfachheit, möglichst wenig Aufwand und möglichst gutes Geschmackempfinden und ich habe festgestellt, es gibt natürlich so viele verschiedene Rohkostrezepte. vegane Torten und so weiter, es gibt ja so viele Sachen, aber oftmals sind die auch mit zu vielen Zutaten bestückt, finde ich und das ist dann verdauungstechnisch, verstoffwechselstechnisch, das ist optimal, da ist oft diese Zucker-Fett-Kombination mit dabei, es ist, man muss lange in der Küche stehen und jetzt gebe ich euch einfach so ein paar Rezepte mit, es gibt ganz, ganz viele, die ich auch habe, aber ich möchte euch wirklich welche mitgeben, die mit wenig Zeitaufwand auch zu bewerkstelligen sind. Und das erste Rezept, was sehr, sehr einfach ist, was ich auch immer wieder erwähne, ist, dass wir gehen her, entweder Nüsse oder Trockenfrüchte, wir weichen es ein über Nacht und ich gehe jetzt mal von den Trockenfrüchten aus, bei den Trockenfrüchten gehst du dann her, da nimmst du zum Beispiel Datteln oder Feigen oder Rosinen oder Aprikosen sind auch super, man legt sie über Nacht ein in hochwertiges Wasser, das Wasser nimmt man dann noch und dann schüttet man das Einweichwasser weg in eine andere Schüssel, das Einweichwasser verwendet man noch, man rührt dann so Kakaopulver mit rein, kann man nur so lassen mit Kakaopulver, ich würde dann noch so ein bisschen Lebkuchengewürz kann man noch machen oder jetzt Kokos, Kokosflocken oder auch Kokosmus oder Kokosöl, was man eben möchte, also man rührt dann quasi so ein Schokopudding an und möglichst ja wenig Fett wäre gut bei den Trockenfrüchten um eben Zucker, Fett ein bisschen zu reduzieren diese Kombi und dann, wenn man das angerührt hat, diese Schokosoße in der Schüssel, dann gibt man das wieder über die Trockenfrüchte drüber, geht super schnell alles, 5 Minuten, außer das Einweichen eben eine Nacht vorab und dann sieht das Ganze so aus, dass man es dann hergeht, in den Kühlschrank tült oder noch besser in die Gefriertruhe für so 10-15 Minuten reicht er aus und dann ist es wie so schokoliert, dann hast du schokolierte Trockenfrüchte, mega lecker, total zeitunaufwendig, schnell gemacht und schmeckt auch Standardköpste, also wenn du irgendwo hingehst, schmeckt es eigentlich fast jedem und es ist eben eine klasse Sache, die ich auch immer wieder in der Weihnachtszeit integriere. Das gleiche kannst du auch bei Nüssen machen, also Haselnüsse, Weinüsse, die kannst du auch schokolieren und eine Schokosauce eignet sich eben gut, du kannst natürlich andere Soßen anrühren mit Bourbonvanille, mit Zimt, wie gesagt Lebkuchen und da gibt es sehr viele verschiedene Wege und auch eine interessante Rezeptur, was man jetzt für Plätze nehmen kann, welche auch verdauungsfördernd ist, es ist die Gewürzkombination aus diesen drei, die musst du auch mal aussurbieren, wenn du wieder irgendwas machst, was süß ist, ein gesundes Rezept, ist einmal mit Gewürznelken, Zimt und Muskatnuss. Das sind die drei Gewürze, 20 Gramm Zimt, 20 Gramm Zimt, 10 Gramm Nelken und 10 Gramm Muskatnuss, also diese Ration 2,1,1 und ich habe festgestellt, es ist so lecker, das kannst du dann für Rohkostplätze, die dann zum Beispiel mit Datteln, mit Nüssen, Saaten, wenn das drin ist noch, mal ohne Schoko, das ist auch sehr, sehr lecker und das wird auch als Hildegards Plätzchen bezeichnet und ich, also ich finde das eine klasse Sache. Dann haben wir noch, was ich auch gerne mache, wenn man so eine Schokosauce anrührt, einfach fettfrei, auch mit einfach nur Kakaopulver, ein bisschen Lebkuchengewürz mit Wasser und dann kocht man sich zum Beispiel glutenfreies Getreide auf, wie zum Beispiel glutenfreie Haferflocken oder Hirse, Amaranth, Quinoa, Buchweizen sind diese fünf, die ich empfehle, die sind komplett auch glutenfrei, am besten finde ich, passt es bei Hirse, bei Amaranth, schmeckt so ein bisschen wie Grießpahl und dann gibt man diese Schokosauce einfach drüber und das ist auch ein so super, einfaches Rezept, man muss nicht diese glutenhaltigen Getreide essen, auch kein Brot, braucht man alles nicht, man kocht sich einfach Hirse, Buchweizen und so weiter, Quinoa auf, was man eben möchte, ich würde mich auf eine Sache fokussieren und dann macht man so eine leckere Soße und das schmeckt dann so ein bisschen, ja es erinnert so ein bisschen an Kaiserschmarrn, weil du eben das Getreide hast und eben diese leckere Soße, die du eben vielfältig verarbeiten kannst, zum Beispiel Vanille, wie gesagt, Schoko und das ist da eben eine sehr, sehr geniale Sache. Mit dem Dörrgerät, wenn du eins hast, kannst du auch vieles machen, du kannst auch Energiebällchen machen aus Trockenfrüchten, Nüsse, wo man einfach Trockenfrüchten, Nüsse miteinander vermengt und bei den Nüssen ist noch wichtig, habe ich festgestellt, verdauungstechnisch, dass unser Körper auch besser an die Sache rankommt, dass wir sie einweichen über Nacht und dann das Einweichwasser wegschütten. Das heißt, bei den Trockenfrüchten verwenden wir es und bei Nüssen tun wir es wegschütten, um so Anti-Nährstoffe, Fraßschützstoffe loszuwerden. Ist auch ein Thema für sich, das Einweichen, aber ich empfehle es wirklich, wird besser verdauungsbekömmlicher und da eben nicht das Einweichwasser verwenden. Und im Dörrapparat kann man jetzt zum Beispiel auch so Sachen machen wie Fruchtleder mit Zimt, Apfelstrudel, da kann man dann wirklich so im Mixer Früchte machen, wie so Smoothie-mäßig und dann auftragen auf dem Dörrblech und dann gibt es so schönes Fruchtleder, das ist auch immer sehr passend für die Weihnachtszeit, das ist auch nur Kohlenhydrate, also nur kein Fett ist da benötigt und das ist auch eine klasse Sache. Und das sind jetzt auch diese Rezepte, die ich euch hier mitgeben wollte. Es gibt natürlich so viele zahlreiche Rezepte, die ich auch schon ausprobiert habe, die klasse sind und ich kann es, ja wir haben es empfehlen, da auf gesunde Rezepte zurückzugreifen, natürliche Zutaten, weil schmackhaft ist es auf jeden Fall auch genauso und ich finde es so lecker und auch so spannend, wie der Geschmack sich schnell umstellt, wenn man eben ein bisschen essen, dass auch für Leute, die das jetzt die normale Süßigkeiten gewöhnt sind, normale Plätze sind, geht es eben recht schnell, wenn die einfach ein paar Tage diese essen, dann werden die schnell umgewöhnt und dann ist es auch möglich, diesen Umstieg zu schaffen und ja, es macht großen Unterschied auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden, dass wir da einfach die richtigen Rezepte haben, die richtigen Zutaten auch verwenden, nur natürliche Lebensmittel und damit bin ich hier auch am Ende angekommen meines Vortrags hier zum Thema Gesund und Fit durch die Weihnachtszeit. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und möchte jetzt hier am Ende noch sagen, dass wenn du tiefer in das Ernährungsthema für dich einsteigen möchtest, wenn du für dich nachhaltige Gewohnheiten bei deiner Ernährung, bei deinem Training auch etablieren möchtest, dann kann ich dir gerne anbieten, darfst du dich bei mir melden. Wir schauen dann, was ich für dich machen kann, ich könnte dir da auch so einen individualisierten Plan erstellen und ich kann dir da einfach zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann, dass du wirklich in diese nachhaltigen Gewohnheiten reinkommst, dass du diese Gelüste, Heißhunger auch überwindest, falls du damit noch geplagt sein solltest, dass du auch eine perfekte Verdauung erlangst und insgesamt werde ich dir da alles gerne mitgeben, zeigen können, dass du da diese Stabilität, in dieses robuste Fundament an Gesundheit hineinkommst. Dafür darfst du gerne auf mich zukommen, schreib mir einfach eine Nachricht hier in Facebook und ich freue mich da immer zu helfen. Ich wünsche euch allen heute noch einen großartigen Abend, genießt den längsten, die längste Nacht des Jahres, also heute Morgen wird es wieder heller, immer wieder von Tag zu Tag, ich finde es immer ja ein spannendes Ereignis, einen spannenden Tag und auch immer so eine Kehrwende, die ich auch immer zelebriere, interne Arbeit verrichte und Zeit mit mir selbst verbringe und das kann ich dir eben jetzt am Ende auch noch mitgeben, auch in der turbulenten Zeit, in Weihnachten, wo man dann mehr zusammenkommt, auch dann trotzdem mal die Zeit für dich wieder danach zu nehmen, selbst zu reflektieren, Ziele zu fassen und diese dann auch anzugehen. Untertitelung des ZDF,